Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge No One Survived. So, wir vertreiben uns jetzt noch ein wenig Zeit bis zu heute, aber viel Zeit ist nicht mehr, in der Polizeistation. Ich bin einfach nur mal hingegangen und habe im Wagen einen Backpack vorbereitet, den wir dann einfach gegen unseren austauschen. Einfach ist gut, möglichst schnell. Okay, der vorbereitete Backpack enthält alles, was wir dann für die Horde brauchen. So, ich wäre soweit. Beide. Los. Los. Na bitte. Geht doch. Ja. So, das ist der Rucksack. Dies ist der Rucksack, den ich meine. So, wir haben drei Sperre mit. Wir haben einige Sachen. Ich würde gerne mit euch da noch ein wenig Zeitvertreib in der Polizeistation. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich hier alles getan haben, gemacht haben, aber reingehen kann nicht schaden. Hallo. Die hätte ich gern. Geht doch. Was auch immer da drin ist. Oh ja. Und schon rain-tiert die Maus. Seltsam. Dass hier keiner ist. Jetzt höre ich wen. So, wir haben 13.06 Uhr am Horde-Tag. Horde. 44er Munition. Gerne. Die haben wir zwar. Nehmen wir aber mit. Weil wegen Trader. So, wir sind eh nicht sehr lange hier. Ja, Faffenöl auch praktisch. So, Muni? Nö. Caution. Generell keine schlechte Warnung. Vorsichtig sein schadet nie. Ist das was? 9mm finde ich super, weil wir haben ja auf der 5 unsere Waffe noch immer. Schade. Egal. So, dann spüren wir uns hier mal. Dass das so schön funktioniert hat. Wahnsinn. Aha, eine Idee hier. Oh ja, das finde ich ja jetzt toll. So, können wir das da irgendwie... Ach, so viel Zeug. Ein Stahlhammer. Sehr schön. Wir nehmen das ganze Zeug mit. Werkzeuge. Wunderbar. Oh. Oh. Schaden 35, Schaden 40, Schaden 47. Denadable. Hätte ich gerne. So, wir kommen hier nochmal hier rauf. So, wie spät ist es? Da habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass wir vor lauter Looten hier irgendwie die Zeit dann verpassen, vergessen und so weiter. So. So. Das können wir uns ja da lassen. So, dann nochmal rauf. Wo sind die guten Zombies? Die guten. So, die zwei Waffen nehmen wir noch mit rauf. Zwei, drei. Nein. Kann man hier nicht irgendwie... Oh, es geht sich echt nicht aus. Muss ich einen Holzschwert droppen? So. Dann geht sich alles aus. Wunderbar. So. Will ich gerne mithaben. Ob wir es dann im Trader geben oder was auch immer. Alles eine andere Sache. So. Über das Brecheisen freue ich mich auch sehr. Ach, hier. So. Ich möchte gerne die Machete testen. Oh, die gefällt mir. Oh, die gefällt mir. Das ist eine schöne Waffe. Die Machete. Die Kukri. Sorry. So. Nö, passt nicht. Ah, jetzt müssen wir irgendwie tätrisch spielen wieder. Ja. Ich will Platz gewinnen. Oder hätten wir auch noch. Super. So, dann werden wir den auch gleich zu legen. Die Sachen behalten wir uns. Ich freue mich so sehr über die. Oh, das ist schön. Das wird jetzt so Teil unserer Standortausrüstung, glaube ich. Super. So. Können wir zum Beispiel so machen. Bam. Hm. Okay. So. Das kommt hier her. Das kommt hier runter. Moment. So. Und jetzt können wir die da reinpacken. Yeah. So. Wagen voll. Was wir jetzt noch tun? Wir wandern Richtung nach Hause. Vielleicht vorbei an irgendwelchen Wegen. Vielleicht findet man noch tolle Sachen. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit... Ja. Auch gut. Die Kugel ist mir lieber. Ja. Schauen wir da hinten noch hin. Das sind auch so schöne kleine Wegen. Ein BMX-Store. Das Wetter passt wenigstens. So. Da schauen wir auch noch mal. Da waren wir überall noch nicht. Ja. Ja. Auch gut. 25. Die hat 35. Ja. Zur Not eben. Eintauschen. Ja. Vielleicht haben wir noch was Schönes. Aber wir haben eh wenig Platz. Und ja. Das nehmen wir auch mit. Da hinten ist auch noch so ein Supermarkt. Da müssen wir auch noch hingehen. Und ich dachte, wir haben unsere Stadt schon... Naja. Fast du auch. Aber nein. Aber nein. Master Mobile. So. Da gibt es sicher schöne Technik-Sachen, die wir für später auch brauchen können. Nochmal Handschuhe. Super. 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 Tag 28. Es ist 15 Uhr irgendwas. Um 19 Uhr kommt die Horde. Wir gehen nach Hause. So. So. Dann haben wir noch ein wenig gelootet vor der Horde. Finde ich auch gut. Horde finde ich auch gut. Naja. So. Mal kurz schauen. 16 Uhr. Ja. Deswegen, dass ich wieder nervös werde. Den Loot können wir nachher auch wieder ausräumen. Ist super. Ich hätte gerne wirklich mehr Rucksäcke. Viel mehr Rucksäcke. Die Horde heute könnte tödlich für uns enden. Weil wir haben ja an der Horde Base überhaupt nicht weitergebaut. Das habe ich dann vor mit euch zu machen. Den haben wir schon gelootet. Das habe ich vor mit euch dann zu machen. Nach dieser. Dass wir dann beginnen. Wobei es ist Winter. Wollen wir im Winter? Ja, wir wollen. Wir sind ja fast zu Hause. 16 Uhr. Super. Schieht sich alles gut aus. Haben wir den eigentlich? Und den machen wir noch auf. Ach ja. So ein bisschen. Kann nicht schaden. So. Na bitte. Das ist ein Zeichen. Wir werden es wohl brauchen. Wie sieht es bei den Bärten aus? Trinken sollten wir. Oh, und hier. Kohlenhydrate. Ja, ich glaube auch, dass jetzt bald mal Winter beginnt. Finde ich nicht so gut. Doch. Geht schon. Aber da müssen wir uns etwas mehr anziehen. Vielleicht gehen wir noch mal Kleidung shoppen. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. So. Jetzt räumen wir mal so weit aus wie möglich. Den Wagen. Da steht die Flasche noch immer. So. Geh mit dem gleich rein. Weil ich ihm wieder zwischen den Gebäuden abstellen wollte. Den Wagen. Aber na. So. Was haben wir dabei? Wo war das? Nein. Nein. Tja. Stoffe. Haben wir keine. Und auch keine Nähsets diesmal. Ich bin ja ganz. Keine Nähsets. So. Da haben wir Öle. So. Das packen wir da dazu. So. Öl. 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 Könnte man auch gleich ins Auto einfüllen. Aber jetzt geht es eigentlich eher. Wir uns ausräumen. So. Medizin. Die gute Medizin. So. So. Dann haben wir das Waffenöbel. Das wir da gleich drinnen. Eine gute Sache. Waffenöbel. Aber hier. So. Schaltdämpfer. Kompensator. Und verhottete Lebensmittel. So. Dann haben wir Teile. Nämlich die da. Das passt ganz gut. Kleidung. Handschuhe. Wir werden es brauchen. Oben haben wir irgendwie Kleidungssachen. Das müssen wir auch mal durchsortieren. Weil wir haben so viel verschiedene Kleidung. Und brauchen das alles gar nicht. So. Zu den Waffen kommt die Muni. Überdrehen. Ah, ist okay. So. Dann haben wir das hier. Ich lege das einfach mal unmotiviert da rein. So. Hier haben wir diese Kleinteile. Da, da, da. Das könnte man rausnehmen. Machen wir aber nicht. Dafür. Ein bisschen Kupfer. Nö. Nur auch nicht. Kupferklumpen. Machen wir die. Herstellen. Und von denen. Machen wir die. So. Egal. Dann haben wir. Was haben wir noch drinnen? Nix. Oder? Hier nach unten gescrollt. Nö. Nichts mehr. Super. So. Waffen. 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 Werkzeug. Werkzeuge. Werkzeug. Das packen wir weg. Die Barren auch. Werkzeuge in den Werkzeugekasten. Yeah. Kleine Hammer. Witzig. Den könnte man auch zerlegen. Aber. So. Dann haben wir hier. Zwei schöne Stahlbaden. So. Muni und Kompensatoren. Sachen Zubehör. Sachen Zubehör kommt da rein. Mal auf die Uhrzeit achten. 17 Uhr. Oh. Ja. Wir müssen uns wirklich bald fertig machen. Ja. Das kommt da auch noch rein. Dieses Teil hier. Angewinkelter Vordergriff. Ich glaube den brauchen wir sogar für irgendwo. Irgendwie irgendwas. So. Wir machen hier mal. Kleinen Tetris. Ich glaube mit der werden wir dann auch was tun. 50 Damage. Ich glaube das wäre gut. So. Waffen. Da haben wir die noch. Wunderbar. So. Wenn wir den hier droppen. Den hier reingeben. Dafür den anlegen. Haben wir hier alles was wir brauchen. Wir haben die hier. Da machen wir den. So. Haben Muni dabei. Ups. Da ist alles gut. So. Und jetzt laufen wir hier her. Ich bin gespannt ob das alles hier heute hält. Ich befürchte. Ich befürchte eher nicht. So. 18 Uhr 18. Trinken können wir drinnen. Ich hätte noch was zum Essen mitnehmen sollen. In unseren Horde Rucksack. So. Kann ich von hier? Jawohl. Schlechtes mal da her. Wobei die Kukre will ich dann da vorne haben. Die finde ich super. So. Ja. Doch ein bisschen mehr Schuss. Dann haben wir hier. Da ist nachgeladen. Das ist gut. So. 18 Uhr 44. Gleich geht es los. Wir fangen mit der an. Wie schön. Vibriert aber extrem oder? Also ich bewege das Mausrad. Die Maus jetzt gar nicht. Ja. Auch hier. Okay. Die Maus. Die Maus. Die Maus. Okay. nachladen wollte ich gerade geht aber nicht so jetzt etwas blöd wir haben den bau haben wir nicht mit ja naja und das hätte ich machen sollen das hätte die horde gleich optisch auf gewünscht so wir brauchen diese rote base nicht mehr in wirklichkeit aber ich möchte gerne trotzdem kann man eigentlich ich brauche einen bau haben wichtig der bau haben so so wir laden die waffe nach also unsere wurde waffe ist dass die hier ich glaube super na ja fast so wie bleibt da immer zurück die behalten im inventar so weit so klar die stoff packen zurück in die stopf kiste wüsste welcher es ist ja hier natürlich natürlich so wir haben den bau haben wir dabei wir zeichnen mal an wie es war nur für den fall dass wir würde ich aber ich gern mit denen dann machen das ablehnungspferd so mit dem hier sehr schön so haben wir noch mehr zerstört ja hier auch noch eine reihe wunderbar so da sind alle drei noch da hat die schräge ist noch da alles ist da super so aber ich habe vor die nächste horde base ein wenig anders zu bauen und zwar da drüben zeichne mal an strukturen fand ich hätte gerne wieder wirkt komisch jetzt aber vertraut mir und ich glaube das wäre zu viel das ist auf der straße ich will nicht auf die straße bauen aber so abreißen super sehr schön so und da kommt dann die horde base so struktur und mauern hier holzzaun walten und stützen ja nö aber fast außenbereich so was will ich oh acht baumstämme eines okay so dann struktur hätte ich gerne ich hätte gerne struktur im leben so hier fun the man ja wobei da brauchen wir es nicht mehr das weiß ich noch nicht vielleicht reißen wir das auch ab kann ja alles sein so sollte man das überhaupt aus holz bauen da bin ich mir nämlich sowieso eher unschlüssig verdammt wir werden wir werden den boden hier aus dem da bauen oh ja ja aber viel später ach neun zement vier eisenbahnen da brauchen wir mehr so wir brauchen drei das ist mal gut so die frage ist brauchen wir wirklich drei aber wahrscheinlich ja so super so steinfundament steinfundament und das überlegen uns noch vielleicht lassen wir das bewusst aus holz so ziel ist es wir stehen dann da oben kapseln uns hier links rechts ein dass die zombies nur den weg hierher finden und da bauen wir die fallen auf so hätte ich es gern so meine lieben dann würde ich mal sagen ich bedanke mich fürs dabei sein und ja ich weiß kurze folge morgen wird es wieder länger bis dann tschüss ich ich so so Vielen Dank.